so wie kommen wir zum neuen video online rennen vielleicht reicht diese zeit und keiner schneller fährt sogar für meine erste poll wer weiß als man sieht durch die sektorzeiten es hätte noch eine 2 1 werden können das hätte ich mir heute mittag oder heute späteren abend um kurz nach 5 oder kurz nach 6 rum niemals träumen lassen und sogar vor fast 24 stunden heute morgen gestern morgen um 10 das ist das das ding noch vom fall dass ich noch fast zehn sekunden schneller fahr noch vorher waren es noch eine 2 11 wo ich mit einem gewissen fasstor führst dieses rennen das erste mal gestartet habe da ist es eine 2 9 geworden dann habe ich im rennen mit 2 7 gefahren momentan in dem so fasstor führst wenn sie es hören natürlich hören sie jetzt im ohr aber auch so über das ohmann wenn sie es wieder sehen jetzt sieht eine 2 3 3 und wie gesagt im 1 sektor war ich bei meiner 2 9 die ich auch gerade in der quali gefahren habe also wo die dauerkolli fahren können habe ich sie wie man sieht fünf runden gefahren zwei waren ungültig drei haben gezählt und bei meiner 2 9 bin ich sogar im zweiten sektor noch 1,5 sekunden schneller gewesen muss man sich mal reinfalten wenn sie diese 1,5 sekunden abbrechen sind zwar eine 2 1,8 aber ist es nicht schön ja darüber freut man sich wie ein schlosshund was machst du das ist ein schlosshund das ist richtig Vielen Dank. Bitsai Tokio. Einfach so. Hm? Warum? Schon online. Achso, hier ist es, hat er sich, bei der Karte Zeit drin, äh, Tokio. Verstorch. Aber das ist schon im Sportmodus. Ja, Tokio, ist ein Gegensatz zu Zipp, nix mehr, alter, die, die, die Straße sind noch voll eng, wofür zwei, drei Autos drin, passen, bist du froh, wenn du heute noch mit, 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 mit einem rüberkommst. Geh? Am meisten, am meisten da ein scheiß Tunnel, ich wüsste nicht, außer vielleicht bei Grandismore 6 und bla, aber, dass es bei Grandismore 3 und so was ein Tunnel gegeben hat. Da war ein scheiß Führer, manchmal, wo du fährst oder weh, warst. Das ist natürlich, schaffst du nicht, schaffst du nicht, wo so scheiß runtergeht. Und, um, 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 um Und dann ist es noch 3 Ohm was. 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 Und dann ist es noch 3 Ohm. Und das kann auch noch mehr empire werden. Dritte, 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 dritte. Ah, da kundesweit, das habe ich gerade was gelesen. Und was ist für Stogie geworden? Komm schon, komm schon, komm schon, ja fahr, fahr, fahr. Zweiter war jetzt, fünfter gestartet. Saug, 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 saug. Komm, 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 hör auf jetzt was spielen. Muss man sich da ausschalten. Komm, fahr, 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 der hat das weggef... Boah, hör doch auf jetzt! Mann! Schnaufen alle zu uns. Oh, ey, oh, was glomm. Muss ich nicht mit Absicht scheiß Geräusche machen. Das hört sich an, ey, das ist ja abarmlich. Ja, die sind rausgefunden, die sind beide rausgefunden. Fahr, fahr, zieh, zieh, zieh. Die sind beide gegen die Wand geklatscht. Die müssten Zeitstrafe kriegen. Yes, der kleine kracht wieder weg. Komm, zieh. Brems, 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 Brems. Alter, was ist das in der Absicht? Hör mal auf den Scheiß Geräusche. Das ist ja grausam. Das hätte ich meine Verbrangungsdichte sein. Oh Gott, nein. Ach, das Lama schon mal. Fahr doch zu, ich möchte nicht wegschossen. Ja, jetzt fahr ich durch den Geist. Stange, du Hurensohn. Klar. Mann, Leute, hey, hör mal doch was auf hier. Ich bin, mein Baby. Ich bin, mein Baby. Ich bin, mein Baby. Er wird nurat, ich bin, was ich die Brems. Ich bin, mein Baby. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020